Der Sonax Pflegeratgeber Das Sonax Extreme Antifrost und Klarsichtkonzentrat ist ein spezieller Reiniger für die Scheibenwaschanlage im Winter. Vor der Befüllung sollte der Wischwasserbehälter komplett leer gesprüht werden. Restwasser mit einem alten Sommerprodukt würde den Froschschutz des Winterproduktes herabsetzen. Prüfen Sie vorab auch den Zustand Ihrer Wischerblätter. Der beste Reiniger bringt nichts, wenn die Gummis nicht mehr richtig über die Scheibe gleiten. Das Auffüllen ist einfach. Optimal ist ein Mischungsverhältnis für Temperaturen bis minus 20 Grad. Zum einen sind kältere Temperaturen bei uns eher selten, zum anderen verschlechtert eine höhere Konzentration die Reinigungsleistung bei jedem Winterreiniger. Minus 60 Grad Angaben bei Billigprodukten sind also absolut irreführend. Dann im passenden Verhältnis Wasser hinzugießen. Dank Antikalk-Effekt ist das Konzentrat mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade. Sonax Extreme Antifrost und Klarsichtkonzentrat bietet eine super Reinigungskraft und schnellere Schlierenbeseitigung dank Smart Dynamics Technology. Speziell entwickelte, leistungsstarke Reinigungstenside vermindern die Oberflächenspannung des Wassers innerhalb kürzester Zeit. Der Schmutz kann jetzt in Sekundenbruchteilen um Netz zerkleinert und entfernt werden. Die Folge weniger Wischtakte, weniger Verbrauch. Das Sonax Extreme Antifrost und Klarsichtkonzentrat ist fächerdüsend geeignet, absolut Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglich und hat einen neuen frischen Duft. Der Sonax Pflegeratgeber